Der Scheiß mit der Belastbarkeit ist, dass Mütter an ihre Grenzen gehen und weit darüber hinaus. Sie können nicht mehr, aber schaffen es noch. Jede gute Geschichte fängt damit an, dass jemand etwas Unerwartetes tut. Etwas, das das Leben entscheidend verändert. Ihr bildet euch sonst was ein auf euer Wissen, auf all die tollen neuen Begriffe. Dabei ist das alles ausgelagert, hier in diese kleinen Geräte. Bis jetzt? Jetzt schlagen wir ihn zusammen. Papa. Nein, kein aber. Die machen das doch sonst wieder. Und beim nächsten Mal sind wir nicht rechtzeitig auf. Immer wird uns eingeredet, dass wir lieb sein sollen und brav, nachgiebig, nicht zu frech, nicht zu wild und bloß nicht zornig, bloß nicht laut. Aber diese Wut in dir, Sarah, sie ist berechtigt. Du darfst wütend sein. Wir wollen es nicht mehr, wir wollen es nicht mehr, dass wir alle tun, wenn man die Wut in dir geht. Und die Wut in dir loaded, wenn man die Wut in dirıена, ist das Wut in dir, wenn man die Wut in dir vächtet. Vielen Dank.